So wollen wir heute miteinander den zweiten Tag wieder der Noveni machen. Schön, dass ihr wieder mitbetet. Wir wollen sie ja ununterbrochen beten, auch wenn es jetzt ein paar Mal ausgefallen ist. Macht jetzt auch nichts. Der liebe Gott wird es schon irgendwie annehmen und wissen, wie er damit umgehen muss. Der zweite Tag ruht in mir. Die Besorgnis, die Aufregung und der Wunsch, die möglichen Folgen einer Handlung zu überdenken, widersprechen dem Wesen der Hingabe. Sie sind nämlich genau das Gegenteil. Sie sind vergleichbar mit Kindern, die alles durcheinander bringen, wenn sie verlangen, dass die Mama an alle ihre Bedürfnisse denkt, sich aber gleichzeitig selbst darum kümmern wollen und dabei mit ihren Vorstellungen und kindlichen Einbildungen die Arbeit der Mutter behindern. Schließt die Augen und lasst euch vom Strom meiner Gnade tragen. Schließt die Augen und lasst mich wirken. Schließt die Augen, denkt nur an den gegenwärtigen Augenblick und wendet euch von Gedanken an die Zukunft wie von einer Versuchung ab, ruht in mir, indem ihr an meine Güte glaubt. Und ich schwöre euch bei meiner Liebe, wenn ihr in dieser Haltung zu mir sagt, sorge du, dann werde ich voll und ganz für alles sorgen, euch trösten, euch befreien und euch führen. Und das wollen wir jetzt beten miteinander. Die Augen schließen, nicht einschlafen, sondern vertrauensvoll beten, sorge du. Jesus sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. 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 Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. die Sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.